Gut zwei Drittel des CO2-Ausstoßes im Bereich Wohnen sind auf das Heizen zurückzuführen. Knapp über 70 Prozent der deutschen Haushalte werden dabei mit Öl oder Gas beheizt. In der jüngeren Vergangenheit sind die Öl- und Gaspreise stark gestiegen. Durch die Abhängigkeit Deutschlands von ausländischen Ressourcen werden Energieträger zu politischen Werkzeugen und internationale Konflikte fallen in Form von Preisanstiegen auf den Verbraucher zurück. IcoVest hilft Ihnen dabei, Ihr Eigenheim unabhängig und nachhaltig mit Energie zu versorgen und zu beheizen. Unsere Anwendung berechnet, welche Konfiguration aus PV-Anlage, Batteriespeicher und Wärmepumpe zu Ihrem Wohnhaus passt, um Ihnen die energetische Sanierung Ihres Hauses zu erleichtern. Wärmepumpen sind Anlagen, die Ihrer Umgebung, zum Beispiel der Außenluft oder dem Boden, thermische Energie entziehen und sie über einen Wärmetauscher an das Heizsystem abgeben. Der Vorgang benötigt zwar elektrische Energie, ist jedoch um ein Vielfaches effizienter als herkömmliche Heizungen. In Kombination mit einer PV-Anlage und einem Stromspeicher können Sie so Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und einen gewissen Grad in Autarkie miteinander verknüpfen. Mit Ihren persönlichen Eingaben, Informationen an erkannter Datenbanken und aktuellen Preisen errechnet IcoVest das Sparpotenzial einer energetischen Sanierung Ihres Hauses und gibt Ihnen eine individuelle Investitionsempfehlung inklusive aller staatlichen Förderungen. Wie das konkret aussieht, zeigen wir am Beispiel von Sarah und ihrer Familie. Die fünfköpfige Familie lebt in einem Haus aus dem Jahre 1958. Ihr lehrlicher Gasverbrauch liegt im Schnitt bei 16.000 kWh. Nun gibt Sarah Daten über das Hausdach ein, wie zum Beispiel die verfügbare Fläche, Neigung und Ausrichtung. All diese Angaben werden verwendet, um mithilfe von einer umfangreichen EU-Datenbank die Sonneneinstrahlung und damit auch die PV-Leistung für ihr Haus zu ermitteln. Dank IcoVest weiß Sarah jetzt, dass sie durch eine Investition in eine PV-Anlage mit Stromspeicher und eine Wärmepumpe in den nächsten 20 Jahren ca. 22.000 Euro sparen kann. Ihre Investition wird sich nach 14 Jahren amortisieren und zusätzlich kann sie jedes Jahr 2,7 Tonnen CO2 einsparen. Auf der Ergebnisseite ist der Kostenverlauf auch grafisch ersichtlich. Final erhält man eine PDF-Datei, in der die von uns empfohlenen Sanierungsmaßnahmen und das damit verbundene Einsparungspotenzial aufgeschlüsselt werden. Mit IcoVest können auch Sie innerhalb weniger Minuten den ersten Schritt zur energetischen Sanierung Ihres Hauses machen.